Axten. Hören und Entdecken. An der Mittelstraße in Axten steht ein Kreuzstein. Er erinnert an ein Unglück, das vor langer Zeit geschehen ist. Hier ist ein Mensch zu Tode gekommen. Vielleicht war es ein tragischer Unfall, vielleicht heimtückischer Mord. Kreuzsteine gibt es überall in Schaumburg. Diese Flurdenkmale stehen oft an Wegen, im Ort oder außerhalb an Wäldern und Feldern. Sie dienten auch zur Orientierung und als Grenzmarken. Der Exner Stein ist knapp einen Meter hoch und 60 Zentimeter breit. Auf der Vorder- und Rückseite der Sandsteinplatte ist jeweils ein Johanniskreuz eingemeißelt. Das ist ein christliches Kreuz, bei dem die Enden geschweift auslaufen. Außerdem kann man noch die Zahl 1801 erahnen. Dieser Kreuzstein ist aber viel älter. So wie er gestaltet ist, stammt er aus dem Spätmittelalter, also aus der Zeit zwischen 1250 und 1500. Was bedeutet also diese Jahreszahl? Das kann man nur vermuten. 1801 ist das Jahr, als man die Kasseler Landstraße zwischen Rinteln und Äxten als Chaussee ausbaute. Sie wurde damit Teil einer Fernstraße von Bremen nach Kassel. Vielleicht wurde der Kreuzstein in diesem Jahr versetzt. Das geschah wohl öfter, denn lange begrenzte er auch die Exner Feldmark auf dem Weg zum Kloster Möllnbeck Richtung Westen. Heute steht er in der Dorfmitte an der Landstraße nach Hameln Richtung Osten. So erfüllt der Kreuzstein in der Geschichte des Dorfes schon immer zwei Aufgaben. Er ist ein Rechtsdenkmal und markiert seit Jahrhunderten Extensplatz an überregionalen Verkehrswegen.